Ich hab da Geschenke für dich hinter dir gelegt Ah ja, stimmt, genau, Alter, wo, sorry, warte, 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 erst mal kriegst du deins, ja Äh, warte, das kriegst du Guck mal, der Koster, der wollte schon Linken machen, der wollte dir gar nicht mehr Nee, er hätte die Sachen einfach liegen lassen Alter, die ist sogar mit Aufsätzen, Junge So ein bisschen Ich hab hier jetzt einfach zu ner lilanen Waffe gemacht, Junge, ich hab... Korrekt, danke dir, ich hab die Holger, äh So, jetzt wieder keine Granaten werfen und so, ne, und dann... 100 Schuss Magazin, ich liebe das Wahnsinn Du schmuchtel, Alter Ich hab dich nicht kampflos dagegen Ich hab den billigen Trick woanders Du gehört Oh, ich bin voll lahm mit der Waffe, ey Hey, ich spiel doch schneller den Ball Foul Dankeschön Dankeschön Der trug hat so keine Anomarin angetätzt, die ich Wechsel das Magazin Unabhängige Protobot-Hexe nenne Dafür ist keine Zeitbarriere, nennen wir sie einfach Sporen Ey, watt, spiel im Ball durch Ey, der hat so'n Glück, ne Schüssi Schüsse, der kriegt mal den letzten Ball, alter Hass HaseSQL Heee Du machst das schon Ich schmeiß wieder überall die Dinger hin, ne Boa, die sind alle schön kompa... Gut Ok Mach du die Dinger, mach ich die Zombies Ja Aber erstmal ein bisschen was sammeln. Achso, willst du die erstmal sammeln meinst du? Ich glaube ich habe alle. Laufen wir erstmal ein bisschen rum. Was ein schlechter Pass man, was ein schlechter Pass alter. Ja gut, Abfahrt würde ich sagen oder? Abfahrt, okay. Übrigens, was die hier auch ganz geil gemacht haben. Wir klauen uns die nicht gegenseitig. Das reicht, wenn du da ein bisschen Schaden drauf gemacht hast. Ja, das ist cool, ne? Oh, scheiß hinter mir. Also quasi wie ein Kill ist das. Kaboom, Junge. Das würde ich das nicht einsammeln, Kosta. Wir wollen ja Zombies töten. Mit den Waffen, weißt du? Deswegen lieber kein Kaboom. Kein Kaboom, ne? Besser kein Kaboom. Auftrag abgeschlossen. Auftrag abgeschlossen. Eine Dose Cola. Bitte? Eine Dose Cola. Die gute alte Tempo Cola. Die gute alte Tempo Cola. Wechsel das Magazin. Ähm, gehen wir hier hin. Da haben wir ein Fahrzeug. Jawoll Junge. Ja. Bam. Gewonnen. 1-0. Äh. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. Warte, ich sag dir jetzt sofort. Kennst du noch Shaolin Kickers? Ja klar, die sind so geil, finde ich. Die ist Shaolin, Alter. So geil, echt? Ja, Shaolin Kickers habe ich meine Mannschaft genannt. Geil. Mega der Film, ne? Die beste, ne? Die beste, wo gibt's, Alter. Ich sag's dir, die hab ich mal so bei YouTube da reingezogen. Kennst du dir auch, ähm. Der ist der andere Film nochmal, der auch so ist. Kung Fu Hassel? Kennst du auch Kung Fu Hassel? Ja, ja. Der ist auch wild, der ist auch so witzig, ne? So witzig, ne? Aber der sieht nicht billig aus. Weiße, der sieht richtig gut aus. Genauso wie Shaolin Kickers sieht auch richtig gut aus. Ja, Mann. Kung Fu Hassel war auch geil, Alter. Ähm, auch witzig. So, dann holen wir uns mal die Lieferung, Pastor. Ab zum nächsten Auftrag. Einmal liefern, bitte. Hast du immer noch einen großen Rucksack? Ja, ne? Mhm. Da ist noch viel Platz drin. Du kannst auch mit anderen Operatoren spielen. Du kannst hier drei verschiedene Stellen, äh, quasi auswählen. Und dann, ähm, haben die drei verschiedene, äh, drei verschiedene Inventare. Ah, das hab's noch nicht gemacht. Ich hab mir mal den ersten genommen, ne? Genau. Oh, hier ist ein Fälscher, ne? Ja. Also, ich mein, da waren welche. Ha! Da waren welche, hehehehe. Alter, Kosta, warte, ich lad kurz nach. Und dann fährst du. Ich lehn mich aus dem Fenster. Und baller mit dem MG, alles kaputt, okay? Wenn das dein Wunsch ist, dann werden wir das auf jeden Fall so machen. Also, so soll es geschehen. So soll es geschehen. Mal gucken, ob ich den Hubschrauber kaputt krieg. Alright, nee. Bambi, Junge. 2.0, Alter. Ja, gut, eine Abfahrt kostet. Na, nach hinten? Abfahrt, ne? dieser kleine wichser alter maxima du hund macht den doch rein 30 damit herausgehört ja junge einfach auf den rauf hat der hälfte habe ich schon ich glaube ich kriege nicht ganz kaputt da geht es gar nicht rum ich kriege ihn kaputt bitte 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 ich habe nur noch 25 schuss habe ich noch 270 kugeln ungefähr hat der gefällt da hast du die ganze zeit drauf gehalten wo ist das denn ich glaube da kommen wir nicht hoch was dann mit dem auto warum gehen wir zu fuß denn alles wir müssen das auto da umgeben hast du zu fuß ach so die müssen das auto da umgeben die haben die haben die waren auf ihre pizze die waren auf ihre pizze einfach geil mein gegner hat einfach absolut glück gerade alter das so krank zweimal gegen die datte geschossen der pizze ist da pizze service ok wir fahren hier 260 meter bitte dann kannst du auch punchen dann kannst du auch punchen jonge hast du schon ja ja ich habe alte mitgenommen guck mal ach scheiße junge wer baut denn solche mauern hier so hier unten keine ahnung von architektur bis hin im wasser geht ja die zwei reifen ja 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 er ist wisst jetzt steht schon wieder 3 jetzt sieht sich schon wieder anders aus 3 siege drei niederlage jetzt habe ich meine niederlage sie ich muss nur elf siege macht das heißt ich muss noch acht mal gewinnen von 14 spielen geht ja ja aber gut du hast das ganze wochenende dafür zeit ja ja aber ich gehe immer nur sonntagabend rein weil die da sind die oder haben gar keinen bock mehr zu spüren ja die ganzen ganzen leute haben das alles schon fertig also killer ist noch eine rlg 80 und nita was ist denn die nita oh scheiße was was ist denn da passiert ich war da mit kiss am gucken was ist denn nita die schrotflinte glaube ich jetzt nix so hanschen haben wir gesagt ne also punchen genau das sind so hier um die ecke so hier ist eine hunde hätte aber kein fleisch auf ins nächste das ist ein neues hobby der hundehalter kostet dann punch mal oder haben schon geplant jetzt 200 schuss magazin sie machen gehen wir jetzt auto und fahren in die nächste zone aber da gibt es doch nichts nicht mehr xp wenn du jetzt in die nächste zone gehst oder ja aber wir können dann schon guck mal du kriegst jetzt hat euch ich glaube für aufträge ja für zombie tötung nicht aber ich glaube für die aufträge kriegst du mehr ep ich hab das nämlich eben und wir können ja halt schon mhm du kriegst aber jeden kill kriegst du 40 xp für jeden zombie hier in der zone und in der und in der anderen zone ist das genauso und nur da sind die gegner ja mann ein bisschen schwerer das war meinst du bei den missionen kriegst du dann mehr ich glaube bei den missionen kriegst du mehr aber sicher bin ich mir auch nicht eine karte über das tor mann der karte über das tor alter aber da gibt es halt krassen loot ne da gibt es den krassen shit ey da gibt es halt den krassen shit aber wir können auch hier erst noch für den auftritt gehen ich hab halt ne lila ne waffe ne also ich glaub ich zieh uns da locker flockig durch vielleicht sogar in die dritte zone da kommen wir über treibere direkt hier das maximum naja also meine waffe ist lila wenn ich sie dann auf stufe 2 gepanscht hat dann ist schon ordentlich schaden drum plus ich muss niemals mehr nachnahmen ich habe jetzt schon 400 schuss 400 schuss auf einem magazin ja man das krass da kommt ja direkt direkt da waren drei sekunden da ist noch einer weg noch weg abgefrühstückt ähm naja dann lass hier hingehen naja da das andere kopfgeld ey warum mit rechts alter mal zum auto naja hier wir gucken jetzt dass du auch deine 10.000 voll bekommst oder dass ich noch 5.000 irgendwie zusammenkrieg dass wir beide wieder punchen können die oli will zu wissen ne ja oli will zu wissen ne ja oli will zu wissen ne ja ein bisschen fortschritt machen progress ey dieser kleine fotzensohn alter so ein glück so schlecht mann so schlecht mann was für die karre tati hallo sag da bist du boah jonge wir kriegen besuch hinter dir hinter mir äh ist einfach so was hat denn einfach so durch den gefahren witzig wer hey bitte spiel doch mal einen vernünftigen ball durch bitte äh lass mal für die kugel gehen warte mal wir können punchen wir können punchen scheiß auf kugel komm wir gehen punchen haben wir so viel genau haben wir ähm let's go können die kohle geben und dann haben wir genug wo ist denn so ein puncher scheiß unge da ey guck mal dieser kleine pisser jungen fick denn so ein glück 2-0 für den der hat so glück ich hab das auto kaputt gemacht ah die haben das auto kaputt gemacht faste ja ich hab keine platten schnell weg hab was abgekriegt einfach weg einfach weg schlägt 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 ich bin ganz oben runter springen costa mission impossible mäßig sofort in zone 3 ok von dem hoch aus da oben ne wir müssen nach ganz oben punchen und dann sofort in falschen runter in zone 3 aber dann sterben wir wahrscheinlich was willst du ich war da alter du hast keine chance da du stirbst sofort instant kill instant kill sofort sage ich dir so wie das ist ja du brauchst halt du brauchst eine gute wasser das kannst du ich weiß wir werden sterben das weiß ich komm gerne hin aber wir sterben elendig sogar elendig wo ist denn hier ein seil als ob es hier kein seil gibt das bestimmt hier drin äh die core 45 die habe ich auch nicht alter was nein 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 was das denn für eine scheiß haffe ich muss die pistole mitnehmen weil die habe ich nicht alter ist das wieder eine geile runde das darf sich keiner zählen das ist ein direkt ticket in die team abteilung erinnere die so schlurfenden leichen daran dass sie in der leichenhalle hätten bleiben sollen oh ey wie schi- ich hab heute eigentlich nur spaß machen ist die tür wirklich zugegangen schießt er wie schießt er bitte ja nöøyzykohle Weid 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 nöy Fik sem nöy nöy grib dir Röckendeckhum Gesäßt Die Quere D T nöy Wer Hey Junge, er hat so Glück, Alter. Halt, halt, halt. Das war knapp. Ich lade nach. Boah, hier ist volle Ansicht bei mir. Ich hab überhaupt keinen Bock auf sowas. Warte, ich kann mir helfen. Wo bist du? Oben? Ey, der fliegt da durch die Luft, was ist das denn für einer? Ach so, ein junger ist das. Warte, 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 warte. Probier mal hier hinzukommen, Carsten, wo ich markiert hab. Warum? Was ist da? Ja, ich bin da. Ich weiß nicht, wie ich jetzt einfach zu dir hochkomme. Der soll lieber zu uns beiden runterkommen, weißt du? Ach so, das war so. Wie bin ich denn hier hochgekommen? Alter, hier liegt nämlich eine Waffe drin. Alter, guck dir das an und die ist noch nicht gepanscht. Alter. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Hier liegt eine Renetti drin, ne? Aber Renetti hast du ja schon, ne? Ja. Die haben wir auch, ne? diese Inhibi... Inhibitor. KV-Inhibitor. Also du hast keinen Bock auf zu oder drei, ja? Keine Ahnung, ich hab hier zwei Waffen mit, Alter, die ich nicht habe. Wir werden sterben. Wir werden sterben. Glaub mir echt. Hm. Das Wasser lag gerade viel zu verlieren. Ja gut, okay. Dann... Oh nein! Ich bin runtergerutscht. Egal. Zum Auftrag, ne? Ja gut, weg 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 und dann muss man... scheiß drohner schießt von unten oder hey junge er hat so glück digga er hat so glück mann zwei mal lasse wieder mal so ab alter nicht ich schon pause angemeldet weil der weiße kassiert alles sicher jungs als sicher spieler besser aufpassen müssen würde ich sagen auch scheiße ich hab den reifen kaputt gemacht koste kommen kannst du ja reparieren auch neues feature geben wir hier haben schon gemacht wie krass das war so eine von diese mission war das von diesen akte 1 glaube ich besser reifen reparieren ja man wenn jetzt an deinem auto der reifen den aus das ist so eine mission und da muss einfach so aufs auto am reifen schießen und dann gehst du da dran und dann kommt musst du den einfach reparieren und das war die aufgabe bei kampagne oder was hier bei zombies bei zombies da gibt es ja auch so da gibt es auch so missionen halt kann sein dass es bei in warsan dann auch so ist ne werger cool und ne steam hab ich auch noch alter was willst was ist jetzt ha auto ist kaputt gegangen jonge auto kaputt parkour rager 556 hängt hier an der wand ok glaubt glaubt mal gucken wie schnell der hubschrauber jetzt kaputt diesmal wenig stärker als vorher mein freund komm her jetzt bist du noch stärker wir haben 400 schuss in der trommel wo bist du da komm her bisschen näher herz apart machen jeder junge der arsch der über uns das über uns das war's mein freund ende ende stationer krass jetzt habe ich noch jetzt habe ich noch 113 vorher hatte ich irgendwas mit 20 ist das nicht hier wir müssen über die brücke fahren und jetzt hältst du dich so ein bisschen rechts noch mal rechts genau nun geradeaus ich bringe das paket nach hause geht angekommen die festung einnehmen kostet vielleicht hast du dann auch eine stufe drei weste kompress die dann acht hier noch oder oma am dach ist ein tatschütze glaube ich oder es ist ein zombie ok ach so das ist eine verseuchte ja 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 den gelben dinger ne ne da habe ich kein bock drauf muss nicht sein muss nicht sein abbrechen abbrechen ich wiederhole so warte mal kurz auf die map wir holen uns hier den ball da hinten ist der ball nur noch 13 minuten 4 2 4 4 6 6 6 wechselt das magazin kaputt junger und das to go Ah, dieser One-Zone, Alter. Den Revolver hast du, ne, bei den Pistolen? Revolver hab ich bei, ja. Das war cool, Alter. Ja, ich würd gerne in die Festung gehen mit meiner Karte. Schöner Festung, da vorne ist eine. So, rüber schwimmen. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Na, 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 na. Oh. Schnupper Gas, böse Wicht. Ach, so einer, ne. Ab dem hab ich jetzt überhaupt keinen Bock. Was war einer? Ist das so ein Miner? gewesen. Abgefrühstückt. Abgefrühstückt, ja. Ich hab Lust zu gambeln, lass mal gambeln. Und dann springen wir vom Dach runter Richtung... Äh, höh, 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 höh. Hm. Jungen, steht 3-0 für mich, der geht einfach nicht raus, der ist ein Lutschal. Boah, Kosta, ich muss jetzt aber, ey, ich muss jetzt eigentlich echt mal in Zone, in Zone 3 rein, ne. Können wir gleich reingehen, wir gehen jetzt nach Hause. Die Zeit ist eh gleich abgelaufen. Können wir den Regan nicht mitnehmen, Junge. Hast du die gezogen? Ja, ey, hast du den Regan gezogen, Junge? Ja, guck mal hier. Guck mal hier, guck sie dir an, guck sie dir an. Alter, hat der die Regan gezogen, ey. Guck dir das mal an, ey. Oh, komm mal an. Guck mal, was ist mit dem passieren. Tschüss. Tschüss, ne, echt geil. Tschüss. Die werden quasi automatisiert. Sieht die Regan eigentlich immer noch so aus wie bei Black Ops 2? Ja. Krass, ey. Da haben manche ganz, ganz oft gezogen. Echt. Und die haben die immer noch nicht. Tja. Ich hab's mir halt auch einfach verdient. Hast verdient Junge. So musst du's sehen. Willst du auch, willst du auch, äh, hier? Vielleicht hast du's ja auch verdient. Nein. Ich hab's nicht verdient zu. Hm. Du willst nicht ziehen? Okay. Ich will nicht ziehen, weil ich hab, ich, meine zwei Waffen habe ich schon belegt jetzt. Ach so, ja gut, okay, stimmt. Ich hab ja, ich hab ja die Holger und die Pistole. Für die, für die Festung hinten gehen. Lass mal rausgehen. Costa, wir haben, wir haben noch Zeit. Du stirbst nicht. Ich kann dich wieder belegen. Richtig, richtig, richtig Angst um sein Zeug, Mann. Genau, Mann. Ich will einfach nur raus. Oder? Der hat Angst. Der hat Angst. Der hat Angst. Genau so wie ich letztens, wo wir abge... Ey, ich hab, ich hab ne fucking Railgun, Costa. Ich kann's mit der... Ja, okay, 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 okay. Alles klar, ich nimm alles zurück. Ich hab ne 3er, ich hab ne 3er Plattenweste. Ich hab ne Level 3 gepunchte LMG. Komm, ich geh mit dir auch in die dritte Zone, Alter, komm. Komm, 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 wir gehen in die dritte Zone. Alter. Waffen? Aber da kann ich nicht so viel, da kann ich... Das ist passiert, ne? Ich muss selber erst mal ein bisschen schlafen. Warte, jetzt sagen wir dafür, dafür, dafür sagt er, kann ich nicht zu. Ja, Moment, Zona. Das sagt er jetzt schon. Diese schlechte Gewissen... Diese schlechte Gewissen wegmachen. Lass mal schon mal weg. Also, ich bennehm keine Garantie. Hast du ein Fahrzeug bei dir in der Ecke, Costa? Warte, ich guck mal. Ne, aber hier vorne sind Fahrzeuge. Da ist der Konvoi! Was? Bei dir? Ne, aber die Autos werden mir da ange... Also, da stehen 3 Autos direkt nebeneinander. Wenn ich ganz viel Glück hab, geh ich jetzt da hin, mach die Autos kaputt und hab die Mission fertig. Ach ne, das ist der Konvoi. Oder? Los, los, los! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ne, das sind noch seltener. Aber ich hab die Railgun, Mann. Ich hab aber keine Platten. Das ist schlecht. Oh, dritte Zone, alter, ey. Oh, dritte Zone, alter, ey. Ich lade nach. Mal sehen, was diese Bastarde durch meine EZ hat. Ja, Mann. Ich hab's fertig. Okay, die vertragen ja einiges, ey. Bei mir nicht. Ich hätte wenigstens punchen müssen, bevor ich hier reinkomme. Was für ein Idiot, echt. Ja, wir können ja... Du hast keinen Puncher. Du hast, du hast deine Waffe noch nicht gepuncht. Ne, ne, ich hab die dritte. Ich hab nur diese grüne Tarnung. Warte, der war doch hier irgendwo in der Nähe. Ich hab nur so einen Puncher für Stufe 1. Gilt der denn, ne? Ne, den hast du ja schon. Den hab ich ja schon. Warte, wo war der Puncher denn? Der war doch nicht weit weg. Da hinten ist der Nächste. Ja, dann lass mal hier zum Seil gehen. Nun, es steht 40, er geht einfach nicht raus. Er klaut mir einfach die Zeit gerade. Das kenne ich auch. Du verlierst das oder so. Wechsel das Magazin! Weißt du was ich gemacht habe, wenn ich richtig stinkig war, Junge? Was denn? Ich hab den Kontrollen einfach weggelegt und bin duschen gegangen. Na, aber... Bist du aber davor die FIFA... ... bin du nicht gesch... Was hast du? Bist du mal wegen Inaktivität rausgeflogen davor die Fifas eigentlich? Ne. So recht ich mich erinnern kann. Wenn du nicht gezockt hast, bist du wegen Inaktivität rausgeflogen. Ne. Ne. Du musstest das Ding nur zwischendurch immer mal wieder in die Hand nehmen. Dann ist das ja später gekommen glaube ich. Also kann doch sein, dass es später gekommen ist. Aber das haben die mit mir auch. Wenn die irgendwie 3-0 hinten... ... die AFK gegeben. So und dann hatten die teilweise den Ball und du konntest sie dir nicht abnehmen. He. Zeitverschwendung man. Schön. Achso das war da oben auf dem Gebäude. Kosta hast du da nicht mit gepanscht? Als wir da oben waren. Ne. Jetzt hatte ich keine Kuhle gehabt. Ich hab dir doch was hingelegt. Bruder 6-0. Ja geh doch raus alter. Meine Fresse man. Ey steht 6-0 digger. Du bist halt so weiter. Hau mal ab Alter. Da P… Peекс dich. Das ist halt einfach mal da. Eine Kada über ab, alter. Bist du da Kossa? Ich bin da ja. Ich bin unten. Gibt es da irgendwie so ein Seil hier oder so? Ein Aufzug mit mir hoch. Da ist ein Aufzug. Da ist ein Aufzug. Komm, mach dein Ehrentor. 6-1. Call dir einen da rauf, komm. Piss dich raus, Junge. Piss dich raus jetzt. Hä, ist das denn für einander? Wo glitscht der denn her? Der Glitcher. Der Glitcher. Der Glitcher. Der Glitcher. Der Glitcher. Der Glitcher. Was ist passiert? Ist denn jemand da aufzug? Das ist schon bitter, Junge. Das ist schon bitter. Jetzt musst du wieder... Ne, man... Oh, man. Hier ist die ganze Horde unten. Hier ist das Ding zum... Brauchst du Hilfe oder was? Oh, hier oben ist auch fast gut was los. Jetzt hast du ihn Kosta rasiert. Er wollte doch nur raus. Ich wollte nur raus. Ne, diese Punch... Dieses Punch-Ding ist in so einem kleinen Tunnel, das zwischen zwei Hochhalsan ist. Der Boden vom Tunnel ist aber komplett aus Glas. Und das Dach auch. So komisch. So. Und dann ist das Glas kaputt gegangen und Kosta ist runter gefallen. Das war witzig. Wir sind in Sicherheit. Kein Moment zu früh. Oh mein Gott, jetzt müssen wir hier langsam raus, Kosta. Die Zeit ist umziehen. Der Sturm ist hier und wächst schnell. Suchen Sie ein Extraktions-Heli auf, bevor es zu spät ist. Ja, jetzt muss man raus langsam. Ja, wir sind halt ganz oben auf dem Dach. Wir können überall hinfliegen ohne Probleme. Uh, fuck. Wo bist du? Unten oben? Ich bin unten noch. Ich suche den Aufzug. Ach, hier ist er. Oder? Da sind zwei Aufzugtüren. Die anderen sind zugemauert. Alter, hier ist voll von den Viechern. Nein, ich bin platt. Oh, was? Nein. Nein. Halt die Schnauze. Echt jetzt? Nein, ich habe wieder Überlebung. Okay. Ich komme runter, Kosta. Ich helfe dir jetzt. Guck mal, was hier unten los ist, Alter. Guck mal, was hier unten los ist, Alter. Guck mal, Alter. Puh. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Chill, 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 chill. Ey, dieser Hund hat einfach abgebrochen. Gönn doch einen Tod. Alter. Sehr geil aufgeräumt. So, na gut. Willst du jetzt mal punchen oben, oder? Wir können doch direkt raus. Komm, sicher, sicher, lass raus. Sicher, sicher, Alter. Alter, wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Wir müssen hoch, ne? Die Zone, Alter. Okay, jetzt haben wir Zeitdruck. Jetzt haben wir Zeitdruck. Komm, der Aufzug ist da. Rein. Der Vorteil ist, wir sind hier ganz oben auf dem Dach. Der Nachfall ist, das Gas ist gleich schon hier, weil das geht von unserer Seite, der Map geht das Gas los und das ist gleich bei uns. Ich sehe das schon, ja. Ich sehe das gerade. Wir können probieren, hier hinzukommen. Wir könnten auch ganz unten, in den Süden, konnten wir auch hier. Ja. Markiere Exfiltrationszone. Ich weiß nicht, ob das von der Zeit her passt. Ah, okay, stimmt. Das könnte klappen. Ich würde eher zu dem da vorne gehen. Ja. Der ist schon schnell unterwegs, ne? Okay. Ja. 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 Ähm, Alter, das ist doch ein Mängler-Typ. Ich habe einfach die Railgun gezogen, Junge. Okay, Kosta. Bist du ready? Ja. Ja. Dann. 3, 2, 1, viel Glück. Attacke. Einmal durch die ganze Map. Hm, jetzt ist der Raum bei, äh, bei dem Turm angekommen. Jetzt kommt der Flieger. Jetzt kommt der Flieger. Jetzt kommt der Flieger. Jetzt seid ihr weg. Ja, noch nicht. Also noch nicht. Noch nicht. Wir sind noch nicht da. Wir müssen erstmal über die Hochhäuser fliegen. Es kann noch alles passieren. Alter, das ist Zone 3. Zone 3, ne? Ja, wir müssen aufpassen, dass wir nicht... Wir müssen da hinten. 700 Meter, Alter. Folg mir. Folg mir. Vielleicht zieh das jetzt durch, Mann. Das ist von, von, von mir aus sind's jetzt 900 Meter. Meine hat's noch. Ach, du bist da in die Richtung, ne? Scheiß, Alter. Okay, warte. Warte. Haben wir jetzt zwei verschiedene? Ja, 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 nein, 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 nein. Ich bin Platz. Ist nicht dein Ernst, Kosta. Doch. Ich bin Platz. Ist nicht dein Ernst. Ich mach's nur etwas spannender jetzt. Okay. Okay, warte. Okay, warte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hey, nicht nachfahren, du Ese. Beste Mann, Junge. Oh, war das knapp. Oh, war das knapp. Wenn du Platten hast, drück dir Platten. Na, versteck dir nicht hin. Es war halt alles, nee, warte ich. Ja, das ging. Let's go. warte doch uns warte wir sind noch hier wir sind gleich da hey gegen den Pfosten Junge gegen den Pfosten was für ein Glück einfach eine fucking Rage an die oder? rechte ey dieser Huren so nötigen alter fuck sie ab man boah kannst du aufpassen ja ich mach mal die Spezialgeschichte äh zombie xp oh nein 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 ich bin da ich kann mich wiederbeleben was? warte ich bin wieder da ich bin wieder da alles gut ok alles gut alles gut alles gut alter was geht dem hier ab oder? äh der Dings ist da wir rennen jetzt einfach in den Heli rein ok? ja ey so ein Glückster alter ich raste aus man bist du schon drin? ne noch nicht scheiße jetzt bin ich auf dem Weg ok krass ja das ist echt ne Runde wo ist die Zone? ja guck mal die ist jetzt die ja wir hätten auch so weiß ich nicht drei Minuten zwei Minuten Zeit glaub ja da unten hat's was gar nicht mehr geschafft krass ey was für ne Runde alter echt coole Runden heute ne echt ja nun ja nun ja nun ey dieser huern so ein dägen alter was hält der alles der ist gegen du huern so ich würde fass mich so ab machen diese weekend die läuft gar nicht alter läuft null irgendwie elf siege machen auf dreckig alter halt ja